Hey yo zusammen und herzlich willkommen zu Let's Play, woopsie, äh, Synths of a Solar Empire, kann ich hier nicht irgendwo laden, doch hier, doch, okay, ähm, Bomberstreikkräfte sind sehr viele Strukturen, okay, ja, das macht so, so, ähm, lange Pause, ich weiß, tut mir auch leid, aber Uni ist stressig, wie nochmal was, da geht's jetzt Schlag auf Schlag, das waren ja erst Klausuren, jetzt bin ich gerade mittendrin, oder ich fange an mittendrin zu sein in meiner Bachelorarbeit, und die geht dann mitten in den Master, es wird also furchtbar, furchtbar und noch furchtbarer, und das ist alles ziemlich bescheiden, von dem her, bäh, so, umschalten nicht vergessen, falsch, äh, das müsste theoretisch aber stimmen, ja, okay, genau, und, oh, was sieht's denn jetzt nicht, Ah, das Geld und so weiter, ja, ist halt jetzt Pech gehabt, ne, na gut, ich will das nicht downswitchen zwischen Hälter Ringe und Zeugs, das ist ein bisschen doof, lässt sich nicht verhindern, okay, Ja, ich muss erst mal mich ein bisschen orientieren wieder, ich hab zwei Planeten und das war's, äh, Kämpft der hier, oder? Okay, ich hab das also hier tatsächlich sehr interessant gemacht, wo wollen die denn hin, die zwei? Haben Sie was für mich? Geben Sie mir doch mal was zu tun! Wenn ich das wüsste... Nur schnell! Was soll zerstört werden? Wohin, Commander? Na, ob ich den bekomme, ist die Frage, ne? Ich weiß, dass ich auf jeden Fall erreichen möchte, den Titanen zu bauen, das ist mein Ziel, aber ich will das nicht rushen, das ist nämlich meistens schlecht. Phasensprung abgeschlossen. Ja. Das ist meistens schlecht. Es bringt nichts mehr ein, das Empire einzugreifen. So, ein bisschen forschen möchte ich aber dennoch. Uh, Handel, Handel ist wichtig. Ich hab aber nicht so viel zum Handeln, ne? Hm, schauen wir mal. Fahren Sie fort! Übermittlung empfangen! Oh ja, sehr gerne! Was ist denn das hier? Verstehe. Wer labert mich zu? Das sind Gegner, glaube ich. Ja, ne, das machen wir nicht. Ich könnte auch auslaufen lassen, das spielt keine Rolle. So, die sind da, die sind da, die sind da. So. Ja, ich hätte trotzdem gern nochmal zwei. Wo? Na, endlich! Oh, schaffen die das? Jetzt geht's um die Wurst. Lade Waffen auf! Das ist jetzt die Frage. Schaffen die das oder nicht? Ich zeig denen, zu was ein richtiger Pilot im Stande ist. Jetzt geht's um die Wurst. Ich glaub, das schaffen die eher nicht. Alle Energie auf den Strom hat weh. Na, schauen wir mal. Büten wir halt noch ein bisschen aus. Na, endlich! Wir Fokus feiern jetzt das hier. Ich zeig denen, zu was ein richtiger Pilot im Stande ist. Die Frage ist, ob das halt gut ist oder nicht, wenn ich hier kämpfe, ne? Das sind... Der hat hohe Schilde. Oder sollte ich die Viecher zuerst besiegen? Lade Waffen auf! Oh, ja. Oh, ne, das verliere ich. Das verliere ich ganz böse. Ich bin ja schon unterwegs. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Kann ich vielleicht eine Fregatte oder sowas bauen? Irgendwas, irgendwas, was ein bisschen mehr Wumms hat. Hm. Da muss ich mal gucken, bei Angriff. Ich glaube, ich brauch noch so eine Werft. Ja, das brauch ich noch. Siehst du, noch eine... Noch eine sowas hier. Ja, das hat er gewonnen. Genau, so, so, hier so... Hier so eine Fregatte. Nicht ein Konstruktionskreuz, aber hier so, 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 so ein, so ein leichten Träger wäre ganz gut. Oder, oder ein Kommandokreuzer. Irgendwie sowas. Ja, schwerer Kreuzer. So, eins, zwei schwere Kreuzer. Das wäre ziemlich nice, wenn ich die hätte. Den müssen wir holen, aber ich glaube, den... Ja. Das wäre gut... Das haben wir, okay. So, die kämpfen sich jetzt hier durch. Das passt. Gehen wir mal auf die Atombombe. Ich habe hier auch noch mal eine Corvette verloren. Ist schon teuer, das Zeug, ne? So, Garda. Bomberfregatte. Verbündete Truppen werden angeboten. Die ist nicht schlecht. Die Raketenfregatte ist nicht schlecht. Das darf man nicht unterschätzen. Die ist, die ist nicht schlecht. So. Und dann gucken wir mal, ob ich nicht demnächst... Äh... Den Handel. Ich möchte handeln. Handeln bringt Geld. Ich brauche Geld. Das ist einfach so. Was soll zerstört werden? Fahren Sie fort. Wo ist der denn? Übermittlung empfangen. Fahren Sie fort. Das ist auch so ein Dingsbum-Schiff, oder? Okay. Zeit ist knapp. Richter Zeit. Ob ich da rein soll, weiß ich noch nicht. Ich glaube, ich sammle mich erst mal hier. Geben Sie mir doch mal was zu tun. Ja. Das ist, glaube ich, besser. Bin ja schon unterwegs. Braucht zwar Einsprung mehr, ist aber auf diese Art besser. Raketenfregatten. Die machen nämlich guten Schaden. Und sind gut gegen leichte Fregatten. Das ist der Vorteil von den Viechern. Da hole ich mir jetzt vier Stück. So. Das gehört noch mir. Das ist gut. Das habe ich gebaut. Das habe ich gebaut. Ja. Und das sieht böse aus. Genau das ist das Problem. Wir brauchen die Hilfe. Und hier auch. Okay. Das ist das Kolonieschiff. Wohin Kommander? Genau. Den hole ich mir, den Kristall-Dingsbums, den Eisplaneten. Ich müsste ihn theoretisch mir holen können. Sagen wir mal so. Ja, kann ich auch. Gut. Der Gelbe. Wieso hat der denn nichts? Ah, das nervt jetzt schon wieder. Der Planet steht unter böser Bombardierung. Und ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Das sind hier sechs. Sechzehn. Zwei. Da brauchen wir mehr Zeug. Da brauche ich eine wirklich viel stärkere Flotte, um das rumreißen zu können. Und ich glaube, das wird nicht passieren. Und wir müssen den Planeten halten. Das ist das Gefährliche. Also das, das, wir müssen. Ah, der hat hier einen Lotsen und so ein Zeug. Na, ist nicht so gut. So, der Blaue haut jetzt hier ab. Muss er auch. Oh, verfolgen die? Ah, das Schiff sollte nicht kaputt gehen. Oh, bitte, bitte springen. Bitte springen. Okay. Okay. Das hole ich mir zurück. Das ist wichtig. Kein Geld. Das wollen wir doch mal sehen. Ob ich nicht doch irgendwo Geld machen kann. Den Planeten werden die holen. Ich glaube halt nicht, dass ich dagegen ankomme. Wenn ich da jetzt reinspringe, sterben wir. Das sind zehn, 16, 26, 30, 40, 40 Schiffe. Ich habe halt 20. Das ist ein ganz normales Spiel nach Nummern. Da kann ich so viel Angriff und Zeugstechnen, wie ich will. Da geht nichts. Alle Geschütze bereit. Eine verbündete Flotte ist eingetroffen. Naja. Wo ist das Ziel? Verstanden. Irgendwie eingetroffen, aber toll ist das nicht. Stufe 3, Stufe 2. Mein Chef ist auch nur Stufe 3. Bauwerk komplett. Der Gelbe hat halt auch nichts. Das stört mich gerade. Wo ist das Ziel? Extrem, dass der nichts hat. Erledigen Sie das schnell, falls Sie das Wohlwollen der Unity gewinnen möchten. Will ich aber gar nicht. Ist mir ziemlich egal. So, ich habe hier eh keine logistischen Plätze. Eine verbündete Flotte ist eingetroffen. Das ist natürlich sehr doof. Okay. Geben Sie mir doch mal was zu tun. Verbündete Truppen werden angegriffen. Na endlich. Ja, die machen das schon, aber... Hier den Planeten können wir, glaube ich, nicht halten. Ich wüsste zumindest nicht wie. Nein, ich will den haben. Nein! Es hilft uns halt wenig. Fahren Sie fort. Ja gut, der kriegt den zuerst, na. Dann überlasse ich ihn halt dem. Ich habe so gut wie ich. Der, der, der hat vier, fünf Planeten, aber kriegt nichts geregelt. Das nervt. Das ist nicht gut. Das ist aber gar nicht gut. Haben Sie was für mich? So, den haben wir zerstört. Oh ja, sehr gerne. Ich kann halt auch nicht viel bauen, wenn ich nicht dorthin komme, dass ich... Zeugs bauen kann, ne. So, Infrastruktur für ein bisschen Kohle. Würde ich mal sagen. Haben Sie was für mich? Erworte Befehle. Haben Sie was für mich? Klingt gut. Ich kann nur auf Truppen gehen, Truppen, Truppen, Truppen und hoffen, dass es irgendwie reicht. Mehr fällt mir jetzt auf die Schnelle nicht ein, muss ich gestehen. Mehr fällt mir auf die Schnelle nicht ein. Ich kann auch nichts bauen. Ich habe nichts mehr, ne. Ne, der besetzt ihn bei 90, gehört ihm der Planet. Bams. Oder? Sollte. Ja, schon gehört er ihm. Hätte ich nicht geschafft, war ich zu langsam. Feuerbereit. Feuerbereit. Klingt gut. Wohin, Commander? Der Geheimdienst warnt vor einem bevorstehenden Piratenüberfall. Das kann man auch nicht machen. Eine verbündete Flotte ist eingetroffen. Ja, das könnte langsam was werden. Eine Flotte wird angegriffen. Wo? Doch da drüben. Ja, ich weiß nicht, ob ich da rüber springen soll. Okay, doch, jetzt springen wir rüber. Was soll zerstört werden? Jetzt geht's rüber. Jetzt springen wir rüber. Weil der haut ab. Das sieht mir so aus, als würde er abhauen. Und dann können wir den Planeten uns holen. Also, entweder er stirbt und ich kriege ihn. Oder er überlebt und dann... Ja. Ich hätte gern mehr Logistik. Danke. So, mir fällt auf, ich sollte unbedingt... Ist mir egal. Ich sollte unbedingt forschen. Was kostet das denn? Das ist gut. Das forschen wir. Und bei Zivil hätte ich wirklich gern mehr davon. zusätzliche Credits benötigt. Weil das geht mir grad... Das Metall geht mir grad böse aus. Piraten sind unterwegs. Ja, aber nicht... Oh, zum Geld mit 1500, da gibt mir zu viel Geld. Alle Energie auf den Sprungantrieb. So. Genau, der Türkise kommt auch. Leider wird das nicht reichen. Wo ist das Ziel? Planeten zu retten, aber... Wohin, Commander? Jawohl, Commander. Dann hole ich ihn mir, ist auch recht. Planetenentwicklung abgeschlossen. Fahren Sie fort. Das Schiff hätte ich besser retten sollen. Das stirbt. Das ist weg. Da kämpfen wir auch die ganze Zeit, aber... Na, vielleicht überlebt er das. Alliierte Verstärkung ist eingetroffen. Was soll zerstört werden? So wird auf die Schrift gemacht. Unbedingt. Dieses Schiff für mich. Unbedingt. Was soll zerstört werden? Je besser... Je schneller, desto besser. Sie wählen aus. Ich mach den Rest. Diese Raketen feuern sich nicht selbst ab. So. Muss noch mal ein bisschen was bauen. Ich brauch Soldaten. Das hilft nichts. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Ja, das ist der... Das ist das Ding. Vielleicht kann man den Planeten retten. Es bringt nichts mehr ein, das Empire anzugreifen. Der Planet unserer Alliierten steht unter mir. Ja, der wird wahrscheinlich auch kaputt gehen. Aber das ist mir nur recht, dann hol ich mir den. Ich brauch ihn sowieso. Der hat den Eisplaneten. Der ist eh besser. Naja, was heißt besser? Geht so, aber... Er ist nicht schlecht, sag mal so. Da noch zwei. Da noch zwei. Muss halt Geld machen, ne? Geld, Geld, Geld. Truppen, Truppen, Truppen. Ja, flieh, flieh, genau. Keiner erledigt den Job so gut wie ich. Nur schnell. Die Frage ist, ob ich hinterher springen soll. Ich denke mal ja. Ich denke, es ist klug, hinterher zu jumpen. Der wird ja wohl nicht nach oben springen, oder? Doch, okay. Ah, dann springe ich jetzt hier hin. Melde mich zur Stelle. Hm, knifflig. Ich kann noch was bauen. Militärlabor wäre noch gut, wenn ich ihn kriege. Ja, toll, das war dämlich. Obwohl, das geht mit 80... Ja, geht so. Geht so. Was jetzt? Ich tue mein Bestes. Ich kann ja nichts groß anderes machen, ne? Ich würde liebend gern Fregatten bauen oder mehr Großkampfschiffe, aber das Geld habe ich nicht. Ich kann es nicht supporten. Äh. Warte. Wenn wir da hinspringen, können wir vielleicht viel besser was zerstören. Der Planet hat echt überlebt. Okay. Okay, das ist doch schon etwas, oder? Was jetzt? Nur schnell. Gibt's was für mich zu tun? Jawohl, Commander. Wo steht denn der? Übermittlung empfangen. Okay, die jumpen jetzt einzeln darüber. Äh. Das gefällt mir nicht. Zusätzliche Credits benötigt. Na gut. Ja, es sind bloß zwei Blödschiffe, das geht schon. Okay. Den Asteroidengürtelbrauch haben wir, okay. Und das hier gehört auch uns. Das heißt, wir haben es geschafft zu verteidigen. Wir greifen in die Schlacht ein. Okay, okay. Hm. Nach einem Militärlabor. Ich hätte gern noch einen Handelsposten, aber ich werde ihn nicht kriegen. Das ist aussichtslos. So, mehr zivile Infrastruktur. Geld, Geld, Geld. Dann nochmal. Dann nochmal Logistik. Keiner erledigt den Job so gut wie ich. Ich würde hier gern echt was wegschmeißen, aber wir haben hier zivile Basen. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Große Werft und Zeugs. Wir haben zwei kleine Werften, aber die brauche ich gerade noch. Das ist das Ding. Könnten wir mal den... ...hier hinpacken. Ah, der ist hier weggegangen, okay. Ich muss halt echt gucken, wo gehen wir hin, wann und wie. Und wieso. Okay, das gehört mir, das ist gut. Das ist sehr gut. Militärlabor. Ich brauche ja den Titan. Ich möchte ja irgendwann auf den Titan kommen. Das wird nicht leicht. Keine Frage, aber irgendwie muss es gehen. Außerdem will ich hier so leichte Träger und... ...und den, den... ...ja genau, leichter Träger. Torpedofregatte brauche ich nicht zwingend, aber da hier. Schwerer Kreuzer, Kodiak-Schwerer Kreuzer. Das ist doch das Ding, oder? Das ich haben will. Genau, stark gegen so ziemlich alles. Weil die anderen sind nicht schlecht, Kommando-Kreuzer und so. Ja, das hilft schon so ein bisschen. Aber ich brauche Durchschlagskraft, habe ich das Gefühl. Erstmal. So, dann greifen wir jetzt an. Die Geschwader. Nicht aufteilen, bitte. Nicht aufteilen. Greifst einfach das Ding an. Geben Sie mir doch mal was zu tun. Wenn wir den bekommen, wäre das eine super Sache. Okay, okay. Wer greift da an? Wohin, Commander? Gefällt mir nicht. So, was können wir noch erforschen? Keine logistischen Plätze mehr. Dann holen wir mal logistischen Plätze. So, wie schaut das hier aus? Gewinnen wir diesen Kampf, oder nicht? Das töten. Das, das, das. Und dann das. Es müsste passen. Musik ist mal wieder sehr gut. Oh, hier schaut's böse aus. 17, 13. Okay, da muss ich abhauen. Das verliere ich. Den Kampf gewinne ich nicht. Haben Sie was für mich? Ah, das ist böse. Okay. Eigentlich wollte ich ja was forschen, ne? Oder halt nochmal so eine, so eine, so eine Militärstation bauen. Ja. Okay. Aber hier gewinne ich. Ein kleiner, boah, der hat 17, 18, bäh, so viel Zeug. Hoffentlich kommen meine Viecher weg. Was soll zerstört werden? Und weg sind wir! Springt einfach, springt einfach. Haut's einfach ab. Jeder für sich selbst. Sobald ihr springen könnt, haut's ab. Was soll zerstört werden? Ja, jetzt seht ihr, das ist nicht gut. Macht's, ja genau, haut's einfach ab. Schnell weg, springen und gut ist. Die Schilde eines unserer Großkampfschiffe sind unten. Genau das ist das Problem. Volle Energie auf den Sprungantrieb. Genau das ist das Problem. So, den können wir da drüben parken. Obwohl. Läuft, Übermittlung empfangen. Eine verbündete Flotte ist eingekommen. Hatte ich nicht mal zwei und drei? Fangen Sie fort. Drei ist hier, zwei ist... Wo sind die zwei? Echt da? Ah, das Kolonieschiff parken wir da. Okay, den kleinen Kampf gewinnen wir. Besser als gar nichts. Das vermute ich mal. Es bringt nichts mehr ein, das Empire anzugreifen. Das ist nicht schlecht. Eine verbündete Flotte ist eingekommen. Okay, das ist sehr nützlich. Glaube ich. Weil ich habe einige Fregatten. Die sollte ich auf jeden Fall decken, habe ich das Gefühl. Und... Das müssen wir mal sehen, ne? Noch ein... Habe ich genug? Nein, ich brauche... Doch, ich habe genug Militärer-Borde. Ne, benötigt fünf. Benötigt vier, das haben wir. Fünf haben wir nicht. Verbündete Truppen werden angegriffen. Ne. Eine verbündete Flotte ist eingetroffen. Ich gehe jetzt aber trotzdem erstmal da drauf. Das ist nicht perfekt, das ist nicht gut. Vielleicht übertreibe ich es auch schon wieder, aber... Wo ist das Ziel? Wie Sie wünschen. Ich glaube, das ist ganz okay. Erwarte Befehle. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Kriege ich noch eine Raketenfrigate, bitte? Ne, wäre nice. Zusätzliche Credits benötigt. Na komm, eine noch. Okay. Eine verbündete Flotte ist eingetroffen. Ich überlege gerade, ob ich die andere... Andere Werft abreißen soll, aber ich bin mir wirklich, wirklich nicht sicher. Heyo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumenrauch-Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut. auch. Auch. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020